Wir sind dadurch an die Datensätze gekommen, dass sich ein Informant bei uns gemeldet hat und uns gefragt hat, ob wir Interesse hätten an Daten. Wir haben gesagt ja und daraufhin haben wir einen technischen Weg gefunden, den ich hier nicht näher beschreiben möchte, um an die Daten zu kommen bzw. für den Informanten uns die Daten zu überlassen. Es war ja lange klar, dass es dieses Briefkastenwesen Die Daten und Dokumente, die er uns hat zukommen lassen, waren zunächst mal von einer unfassbaren Fülle. So etwas haben wir noch nie gesehen. Es sind Dokumente und Daten aus der Anwaltskanzlei Mossack von SECA in Panama über die Kundenbeziehungen dieser Kanzlei. Aus vielen Ländern der Welt, dass die dabei sind, ich glaube, das ist... Es gibt Teile dieser Daten, die sind schon mal in anderen Geschichten, die wir zum Beispiel gemacht haben, LuxLeaks, aufgetaucht. Das heißt, wir hatten einen Teil der Daten auch schon, konnten die also abgleichen mit anderen Daten. Und es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren, die es schon gegeben hat, in denen Daten von Mossack von SECA bereits eine Rolle spielen. Und wir haben insgesamt mehrere tausend Dokumente abgleichen können und haben nichts gefunden, was an irgendeinem Punkt ein Fragezeichen veranlasst hätte. Wir haben uns sehr schnell, nachdem uns die ersten Daten übermittelt worden sind, entschlossen, andere Partner dazu zu holen. In diesem Fall zunächst mal das ICIJ in Washington, weil wir gesehen haben, dass es eine unglaubliche Fülle ist von Daten, die wir alleine überhaupt nicht bewältigen können. Und weil wir gesehen haben, dass es hier geht um eine ganz große Anzahl von Ländern, nahezu in allen Gegenden der Welt. Und es war uns klar, dass wir nicht alleine in der Lage sein werden, all dieses zu recherchieren und auszuwerten. Es gibt eine ganze Reihe von Deutschen, die in den Unterlagen auftauchen, über 1000. Es gibt alleine, das werden wir morgen auch berichten, 28 deutsche Banken, die deutschen Kunden oder die Kunden geholfen haben, Briefkastenfirmen in Panama bei Mossack von SECA zu gründen, die den Kontakt auch angebahnt haben. Und so gibt es eben sehr viele deutsche Kunden auch. Es waren dabei die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Hypervereinsbank, die Bayerische Landesbank, also nahezu alle großen deutschen Banken haben dieses Spiel mitgemacht.